Manchmal nicht im Griff. Es wird spannend sein, zu verfolgen, was im zweiten Durchgang da passiert. Die ersten drei innerhalb von 804 Sekunden. Hoi! Was macht denn der Lise Ruh? Hallo! Ja, das ist ja hier. Ja, um Gottes Willen. Das Rennen, das ist die einzige Möglichkeit. Hintergrund, schauen Sie, hier. Und, ab geht's. Das ist jetzt schon das Bild des... Das ist jetzt schon das Bild des Lise Ruh. Das ist jetzt schon das Bild des Lise Ruh.